Jo, was geht ab Leute? Willkommen bei einem neuen Video und heute mal mit einem anderen Video. Heute wollte ich euch mal ein paar Stream-Highlights vom Twitch zeigen und zwar geht es um Appen und Seelilesen. Auf jeden Fall wollte ich euch noch was sagen und zwar ich habe jetzt einen Instagram-Account, da könnt ihr dann sehen, wenn ich ein neues Video hochlade, was auch immer. Das seht ihr alles dann in der Beschreibung. Folgt mir auf jeden Fall bei Instagram und bei 1000 Abonnenten werde ich auf jeden Fall, ich denke mal 15 Euro Passiv verlosen, aber das bis dahin dauert es noch ein bisschen. Und ja, folgt mir auf Twitch, ich verlinke auch unten alles in der Beschreibung, ich schreibe jetzt alles rein. Und dann, ich versuche jetzt jeden Abend zu streamen, ich versuche es, wegen Arbeit geht es manchmal nicht. Und ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt die Tage auf jeden Fall jeden Tag streamen, sogar mehrmals. So zweimal, sogar dreimal. Und auf jeden Fall, das geht jetzt auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Viel Spaß bei dem Video, heute mal was anderes, Twitch-Highlights. Und ja, folgt mir auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, folgt mir auf jeden Fall. Musik Musik Stay a bit longer, you're making me stronger, making me stronger Stay a bit longer, you're making me stronger, making me stronger What can I do to make you stay? Stay a bit longer, you're making me stronger, making me stronger Stay a bit longer, you're making me stronger, making me stronger Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017